hey leute willkommen zurück zu final fantasy 9 ich will noch die kiste abholen hier war nicht wie hier oben gegen den chef gewinnen und so gegen gegen den chef gewinnen und so das macht dich das macht dir so schnell keiner nach sodann aber der chef machte irgendwie ein zufriedenes gesicht obwohl er verloren hat hier sind wir wie wir starten unseren plan den prinsessen zu retten gut aber sei bitte vorsichtig wir möchten dass du auch mit kommst ich werde ich bestimmt neuen klotz am bein sein mit etlichen die magie die magie von dir war äußerst effektiv gegen das monster jetzt hätte eine weitaus größere hilfe als diese halbe portion von einem räuber hier aber ich trau mich irgendwie nicht außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter angst kaum bewegen es ist für die prinzessin und nicht nur für die prinzessin auch für das gesamte königreich alexandria benötigen wir eure hilfe in der verantwortung spürst handel das ist es doch was ein mann ausmacht oder wie wie na los lassen das prinzessin garnet aus den fängen des monsters befreien na gut ich versuche euch nicht im weg zu stehen ich den eurer schuld meister wie übrigens ja als ich euren gekonnten umgang mit der schwarzen magie sah kann kam ja ein gedanke magieschwert okay ich werde es versuchen was hat hier geredet ach so er hat die waffen okay okay dann macht sinn ja und auch den latex momentan gerade den meisten körper ich glaube es ja nicht okay so die hatte er ja eigentlich schon vorher jetzt sind wir aus dem wald wenn wir es aus dem wald schaffen gibt es keine möglichkeit über den nebel zu kommen und lindblumen ist noch so weit weg alter angeber was sich total in die kleine verschossen was ich kann ja möchte ich einfach im stich lassen so bin ich nun mal was bist du nur für ein hecht ich glaube mein frühstück kommt kommt mir gleich wieder hoch dir passt aha dir passt es wohl nicht dass ich mich mit prinzessin gar nicht an freunde oder sonst was dann habe ich kein interesse hier nimmt das mit sie dann ich brauche kein liebestrank noch mehr frau und ich muss buch führen das ist kein liebestrank schwachkopf das ist die medizin die die sporen abtötet falls ihr wieder welche abbekommt aber wenn das so ist dann sagt doch gleich alles hättest du mir eben bis zum ende zugehört hättest du mir eben bis zum ende zugehört anstatt blöd zu sammeln und jetzt noch ein hinweis vom chef weißt du noch dass du dich mit abilities ausrüsten kannst du dann über dich in kämpfen auch wenn du die tantalus verlässt du wirst noch wesentlich stärker werden wenn du lernst mit deinen abilities umzugehen gebacht auf dich hier riss ich mich noch mal mit abilities aus blank was das blickste auch nicht wofür taug sind überhaupt man unter menüse will diese anlegen kannst du dir die entsprechenden abilities aussuchen geht klar dann zieh mal dann sie mal zu dass du hier noch vor die hunde gehst blank hoffentlich muss ich deine visage nie wiedersehen ok warte ich wünsche halt auch gerne was die meisten dinger sind das ist halt gar nichts muss ich dir den geld nehmen brauchst du was ja tatsächlich das fühlte dich so ich glaube das passt erst mal aber hier gibt es ja auch das zelt hier kannst du dich ja auch glaube ich immer wieder aufhalten ein konzert im wald die musik kenne ich doch nicht aus einem anderen teil aber welcher war das jetzt noch mal doch die doch zum anderen teil ist war das 7 doch 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 das war die willkommen zeremonie von rufus aus final fantasy 7 ein bisschen mehr schwung wenn ich bitten darf oder ja doch 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 guckt euch vielleicht mal das alte das weg von final fantasy 7 an ich dachte irgendwie part 21 lasst uns nicht wie ich dann zeigen was eine parrucke ist das macht einen richtigen mut endlich wieder musik jetzt seid ihr richtig am toten und blasen wir gehen uns kurz umschauen hat euch bereit zum abmarsch was war für cool wo sind wir rein sah aus wie wasser sind wir einfach ins wasser gerade gegangen sieht voll schön aus hier kann man speichern sogar brauchst du nicht verstecken hier scheint keine monze zu sein ein naturbrunn lagebesprechung bist du dich sicher chef ich bin mir immer sicher wir werden auch wir werden auch hier abhauen sobald wir bereit sind nimm diese karte mit bis lindblom ist es noch ein weiter weg alles klar wir sehen uns im quartier jawohl ja gut speichern mache ich jetzt mal trotzdem auch wenn es relativ unnötig ist aber sonst muss ich ja die zwischen sequenz noch mal anschauen und das wollen wir nicht zweimal sehen jetzt hätte ich aber doch gerne ein wenig mehr kämpfe wir sind immer noch level 1 gut man hat ja auch nicht so viel am anfang gekämpft muss man dazu sagen für dieser fluss aus dem wald raus oh okay Okay. Eugh. Gehst du, Prinzessin? Das hier ist wohl der Boss. Prinzessin! Du hältst dich da gefälligst raus. Wie stehe ich denn da? Die Prinzessin von... Wenn die Prinzessin Alexandria von einem Räuber gerettet wird, glaubst du, du packst es allein? Auf geht's, Vivi! Nein! Okay, gut. Ich dachte, dass wir uns gegenseitig attackieren, weil wir blind sind. Ich klinge an den Tage. Die reinsten Waschlappen. Platz da, ich räume hier auf. Ja, toll. Was ist denn das? Ach, Mann, Leute. Ach, der ist auch schon tot. Und alle sind blind. Ich bekomme aber auch gar keine XP. Prinzessin, so kommt doch zu Sinn. Sedan, geh mir das Gegengift rein. Bald fühlt ihr euch wieder besser. Mit ein bisschen Bettruhe ist sie bald wieder auf den Beinen, oder? Was denn, was denn, was denn das? Das war's noch nicht. Verflixt, die kreisen uns ein. Diesmal liegt unsere Heile in der Flucht. Flieht! Was zögerst du so? Komm, Sedan. Komm, Sedan. Komm, Sedan. Das war's noch nicht. Turan. Wer hat mich gegründet? Ich wäre mir nicht gut. Ich werde mich auch nicht schützen. Was ist nicht so? Ich werde mich noch nicht schütteren. Wir wollen uns herst, wenn ich so nicht schütteren. Das war's noch nicht so. Dann habe ich ihn jetzt nicht schütteren. Ich werde mich auch nicht schütteren. Mit der Flucht kommt. Ich werde mich schütteren. Ah, wie die mit Angriff gemacht, die Vollidiot. Doch jetzt haben wir endlich mal XP bekommen. Ich will mal kurz was gucken. Ich bin der falsche Knopf. Ah, okay, ich kann es gar nicht. Das kann ich jetzt gerade machen. Was ist los? Das stimmt nicht mit dem Wald. Und ob was mit dem Dreckswald nicht stimmt. Schlimmer kann es noch nicht mehr werden, oder? Ja. Der Wald verfolgt uns. Nein, kümmere dich um die Prinzessin. Hier geht alles den Bach runter. Hey, was hat er vor? Das ist ein Schuss. Ich will es dir einmal. Ach, ich will es. Ich will es den Bach. Ich will es doch nur noch. Das ist ja nicht. Ich will es dir, ich will es dir. Ich will es dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bin sofort da. Danach drückt wieder und ich verschwinde ganz schnell wieder. Ich habe nämlich auch soziale Verpflichtungen. Kampf. Also die Grundsteuerung im Kampf. Grundsteuerung bestätigen, abbrechen, Charakter überspringen, gedrückt halten, um nichts auszublenden. Umschaltung auf einzelne... Ja, okay, gut, das weiß ich. Brauchst der Hilfe einen ausblenden. Okay, nun Erklärung zum ATB. ATB ist Active Time Battle, läuft um Echtzeit im normalen Modus. Kann dieser unter Option ein- bzw. ausgestellt werden. ATB, Echtzeit, also das Geschirchen Echtzeit. Verzögert beim Wählen von Zaubern und Eitern wird die Zeit eingehalten. Unerfahrene sollten verzögert und erfahrene Spieler Echtzeit wählen. Und noch ein paar Dinge zu den Schadenspunkten. Erinnert sich während eines Kampfes, der HP oder MP-Wert werden zahlen oder Symbole eingeblendet. Je nach ihrer Farbe haben sie auch einen anderen Effekt. Ich bin ein Heilbeerinnerung, okay. Okay, war fehlgeschlagen im Angriff. Bei Erlitten im Schaden, war ja leid. Okay. Zu gutem Letzt noch ein paar Ratschläge zur Position. Die Position beinhalte zwei Aspekte, die Reihenfolge und die Aufstellung der Charaktere im Hinteren oder Vorderen Reihe. Die Reihenfolge hatte keine großen Auswirkungen auf das Kampfgeschehen, aber die Position in der Hinteren oder Vorderen Reihe umso mehr. Mit dem Gegner größer Schaden zugefügt, allerdings ist dann auch der Erlitten der Schaden meist größer. Mit dem Kommando, okay. Im Angriff wird dem Gegner eine geringe, aber der Erlitten bleibt aber auch klein. Dies kann unter dem Menüoption Position geändert werden. Während des Kampfes kann man mit dem Kommando Wechsel der jeweiligen Charaktere in die hintere oder vorderere Reihe verschoben werden. Bei Zauberantgriffen oder bei Waffen mit hoher Reichweite erteilt man auch aus der hinteren Reihe ebenso hohen Schaden wie aus der vorderen. Die Formation sollte je nach Situation geändert werden, das ist der Trick. Und? Hast du das ganze Thema so einigermaßen verstanden? Abilities sind sozusagen besondere Fähigkeiten, die in die Charaktere schlummern. Die Fähigkeiten sind unabdingbar, um einen Kampf erfolgreich zu bestreiten. In dieser Welt gibt es unzählige Abilities, aber sie werden allgemein in zwei Kategorien eingeteilt. Military Action Ability, Hilfstability, okay. Supportability, ja, okay, das hab ich mir fast schon gedacht. MP bei jeder Anwendung von Zaubern oder Spezialtechnik verbraucht. Bei jedem Level Up erhöht sich der Maximalwert. Die Magiesteine werden von einer mysteriösen Kraft bis... ...besehlt, ohne die... ...ohne die keine Hilfstabilis genutzt werden können. Bei jedem Level Up erhöht sich die Anzahl der Steine. Von einer Anzahl und die maximale tragbare Anzahl der Steine wird im Menü angezeigt. Ja, das weiß ich. Den entsprechenden Magiesteinen kann man in dem normalen Modus unter der Menüoption Ability anlegen. Bei Anlegen eines Magiesteins wird der Charakter mit der Hilfstabilis ausgelöst und bei wiederholter Bestätigung die Hilfstabilis wieder abgelegt. Gleichzeitig ändert sich auch die Anzeige innerhalb des Menüs. Okay. Wie erlernt man diese Abilities? Im Prinzip erhält man die Abilities mit der jeweiligen Ausrüstung. Jede angelegte Rüstung weckt eine besondere Fähigkeit, die in den Charakter schlummert. Steht also die angelegte Rüstung mit dem Charakter im Einklang erhält einer dieser eine neue Ability. Obwohl der jeweilige Charakter den entsprechenden Ability erlernen kann, ist unter der Menüoption Anlegen feststellbar, indem man ihn aus dem entsprechenden Gerät... Okay. Okay. Nach Anlegen einer Rüstung kann die Ability sofort verwendet werden. Nach Ablegen geht diese wieder verloren. Eine Ability kann man ebenfalls erlernen, indem man im Kampfigen genügt APs sammeln. Okay. Welche noch mal fertig? Steffchen, weiß echt viel, Kupo. So ist es. So ist es. Scheiße, Kupo. Vielen Dank. Kupo. Ein Feind? Wo? Wo ist er? Die anderen sind schon weg, Kupo. Prost ist so, warte doch. Oh, wir sind auf der Weltkarte. Da kann man sowieso immer speichern. Gebäude betreten, in Fahrzeuge einsteigen. Mokris rufen, Karte aufrufen, Kamera steigen, Kamera fixieren, Perspektive wechseln. Okay. Oh, wie speichere ich? Ach so, Mokris herbeirufen, fähig. Boah, es ist laggy. Leck mich am Arsch. Jetzt funktioniert's. Die Weltkarte ist ein wenig laggy, aber vielleicht ist es nur bei mir so. Aber gut, wir sehen uns hier beim nächsten Mal bei Final Fantasy 9 und ciao.